Ere Webster, so gefällt den Kylie Jenas Babyname Kylie Jenner, 25, überraschte ihre Fans am Samstag mit einem besonderen Posting auf Social Media. Die Keeping Up with the Kardashians Protagonistin hatte im Februar 2022 nach ihrer Tochter Stormi Webster, 4, ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen, und am Wochenende verriet sie endlich den Namen des Kleinen, ihr Baby heißt Ere Webster. Aber was sagen eigentlich die Fans zu dem Namen Ere? Die Promiflash-Leser sind davon mehrheitlich begeistert. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage, stand 22. Januar, 8.45 Uhr, gaben insgesamt 1.520 Leser ihre Meinung zu dem Namen Ere ab. Die Mehrheit der Fans findet großen Gefallen an Kylis Wahl. 899 Teilnehmer finden den Vornamen nämlich total schön, das entspricht 59.1% des Gesamtergebnisses. 621 Supporter, also 40, 9% aller Vos, sind davon hingegen überhaupt nicht begeistert. Und auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash diskutierten zahlreiche Nutzer über Kylis Babynamen. Stürme und Ehre, nice oder auch schön, schwärmten beispielsweise zwei User. Ein weiterer kann mit dem Namen allerdings nicht allzu viel anfangen, boof, du weißt nicht, wie man es ausspricht. Anführungszeichen